Das ist nämlich, dass da so viele, ich fange jetzt einfach mal wild an, weil da so viele Fragen offen sind. Es ist ein einziges Missverständnis von den Menschen, diese Logik, weil sie nicht zuhören können. Es ist, ich kann nur immer wieder sagen, dir wird immer mehr bewusst, dass die Menschen, die in dir in Erscheinung treten, in deinen roten Kopf, dass das wirklich Protagonisten sind und dass die das einfachste Deutsch nicht verstehen. Das wird sich immer wieder, und wichtig ist, wie du auf die Sachen reagierst, wenn was in dir auftaucht. Das geht zum Beispiel hier, es ist diskriminierend, wenn der Udo Böttsch immer behauptet, die Menschen sind Trockennasenaffen, dass das beleidigend ist. Ich kann jetzt wieder sagen, ich habe in tausenden Selbstgesprächen gesagt, wenn ich denke mir jetzt an Udo aus und er trifft auf jemanden, und Udo sagt zu denen, du bist ja bloß ein Trockennasenaffe. Ich könnte jetzt noch sagen, ein dummer Trockennasenaffe. Ich schiebe ganz kurz ein, d-u-m-m, hebräisiert, dalet waf-mem-mem, heißt geistlose Materie. Und ich sage dann immer dazu, um eins klarzustellen, du fühlst dich jetzt beleidigt, das ist nicht meine Meinung. Ich bin in dir aufgedacht, um dir zu sagen, dass du das nicht bist, das ist dein Glaube. Ich nenne Menschen, in Bezugnehmung an ihren eigenen Glauben, an ihren eigenen Intellekt, nenne ich die so, was sie eigentlich glauben, was es sind, weil man ihnen das in der Schule erzählt hat. Hier und jetzt natürlich wieder eine ausgedachte Vergangenheit. Ich erkläre dir, dass der, der mir jetzt zuhört, du bist Geist, du bist unvernichtbarer Geist, ein undenkbarer Geist. Sonst würdest du mich jetzt nicht hören. Das ist einmal der feine Unterschied, dass ich zuerst einmal sage, der, der jetzt den Udo, dieses Pixelmännchen, den Lautsprecher sprechen hört, der sich jetzt den Udo ausdenkt, du bist der Einzige, der immer ist. Und nur an den richtet sich meine Botschaft, nicht an irgendeinen Trockennasenaffen, den du dir ausdämmst. Und jetzt kommen wir zu dem Trockennasenaffen nochmal. Es ist auch verkehrt, um auf diesen Brief einzugehen, den muss man jetzt nicht wissen, wo die Liliane dann noch schreibt. Es ist ja im Glauben der Menschen, dass wir vom Trockennasenab stammen. Das ist auch fehlerhaft. Wir stammen nicht vom Trockennasenaffen ab, sondern die wissenschaftliche Definition von Mensch, geh in Wikipedia rein. Mensch gehört zur Gattung der Primaten, genau genommen zur Gattung der Trockennasenaffen. Das heißt, er stammt nicht von Trockennasenaffen ab, sondern ist bei wissenschaftlicher, materialistischer Definition selbst ein Trockennasenaffe, ein sterbliches Säugetier. Und wenn ich jetzt einem Menschen Trockennasenaffen nenne, dann ist das, was er glaubt, und ihm ist das gar nicht bewusst, weil da wieder die zwei Seiten sind, weil offen dann sofort wieder eine Beleidigung. Das ist diskriminierend und beleidigend, wenn er die Menschen Trockennasenaffen nennt. Da merkst du, wie viele diese Trockennasenaffen von ihren eigenen Glauben eigentlich wissen, was sie im tiefsten Inneren glauben. Und das sage ich jetzt zu dem Geist, der mir zuhört, der sich das ganze Zeug ausdenkt. Und da könnte ich jetzt in jede Kleinigkeit gehen. Ich weigere mich als Udo, wenn ich in die auftauche, in irgendeiner Form manipulierend auf dich einzuwirken. Ein kleiner Satz, ich sage, ich erkläre dir, was du bist und wie du funktionierst. Das ist das Einzige, was ich mache. Das ist der große Unterschied zu den ganzen einseitig-rechthauberischen Sekten. Darum kannst du unter uns eintreten und unter uns austreten. Und ich sage, egal was du denkst, es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Ich mache dich zum Richter über alles und jeden. Und deine Richtersprüche, übrigens im Positiven wie im Negativen, verstrecke ich an dir selber. Auch hier wirst du neigen, dass das schon wieder bloß bei den meisten Programmen jetzt in ihren Reaktionssystemen nur negativ gesehen wird. Das geht ja auch im Positiven. Und dann ist natürlich die Sache, wenn ich sage, ein Bild ist ein Bild. Zuerst einmal, wenn wir das jetzt mit der Vordersprache hebraisieren, für was ist das Aufwächern gut? Das ist ja nur das Deutsche. Das wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Deutsch ist die Gottessprache. Das ist das Matrix-Programm im Hintergrund. Und es ist, B-Illet heißt im Kind und die Bilder sind B-Illet-R im Kind erweckt. Das heißt, jeden Gedanken, den du denkst, der existiert hundertprozentig sicher nur, wenn du ihn denkst. Und solange du meinst, du hättest damit nichts zu tun, zum Beispiel, wenn du dir einen schwätzerischen Udo ausdenkst, der ist jetzt deine Information, Punkt. Und wenn der nicht mehr deine Information ist, existiert er für dich nicht mehr. So wie alles andere, was du nicht denkst oder sinnlich nicht anschaust oder wahrnimmst, auch nicht mehr existiert. Und solange du glaubst, dass irgendein Gedanke von dir auch unabhängig von dir existiert, wirst du leiden. Weil du ewig bist, sonst würdest du mich jetzt nicht hören. Das ist keine Drohung, das ist eine wertfreie Beschreibung von dem, was ist, ob du es glaubst oder nicht. Es wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Abgerechnet wird am Schluss. Und dann kommt immer die Schuldfrage. Das war jetzt gerade das Thema mit der Imke. Diese Schuldfrage habe ich auch tausende Male. Man muss einfach nur zuhören. Immer wieder die Frage, wer hat Schuld. Die Frage nach, wer Schuld hat, ist die Frage, ich drück's einmal anders aus, ist die Frage, wer hat's gemacht. Wer hat's gemacht, wer ist dafür verantwortlich. Jetzt hast du einmal der, der sich was ausdenkt. Weil wenn's nicht gedacht wird, ist es ja nicht. Drum hab ich hier auch ganz definitiv gesagt, wenn du Geist, der du in keinster Weise in Erscheinung treten kannst, ohne dich selbst zu einem Gedanken von dir zu machen. Du musst dich ja zu einer Information machen, du nicht denkbares, ewiges Ich, rot geschrieben. Dann trittst du in eine Personifizierung ein. Das ist der Fall, wenn du jetzt glaubst, du bist der sterbliche Trocken-Nasen-Affe. Es war ja hier und jetzt gedacht, dein jetzt ausgedachtes Leben lang der Fall. Das ist die große Verwandlung. Das ist auch so der Satz im letzten Selbstgespräch, wo ich hier zu die Fellings und zu die Donis sag, ihr alten Zecke seid eh schon jenseits von Gut und Böse. Wenn du vom Baum der Kenntnis von Gut und Böse ist, wenn du begreifst, dass an der Dasse der Henkel rechts und links gleichzeitig ist, dass das davon abhängig ist, von welcher Seite du das siehst. Dass auf der Erdkugel, die wir uns jetzt ausdenken, die die ganze Zeit nicht da war, hell und dunkel gleichzeitig ist. Und dass auf dieser jetzt ausgedachten Erdkugel auch Sonnenschein und Regen und Wüsten, Hitze und arktische Kälte gleichzeitig sind. Dann bist du jenseits dieser Erdkugel, weil du die vor dich hinstellst. Das ist jenseits von hell und dunkel, jenseits von Gut und Böse. Das ist ein vollkommen neuer Zustand der Einheit. Jenseits von Kreis und Reihe könnte ich sagen, dann bist du ein Kegel. Dann bist du die ganze Welt. Und das ist so einfach, ich warte, und du wirst merken, das war das letzte Selbstgespräch. Es tauchen dir hoch intellektuelle Menschen auf. Studiert, Professor, Doktor, bla bla bla. Die nicht einmal wissen, was 100% sicher heißt. Weil der Zweite so übermächtig ist. Die werden das bekämpfen. Dann spreche ich zum Beispiel hier den Treppermann an. Nochmal diese Jahrhundertrede vom Treppermann. Wir können ja die ganzen Reden vom Treppermann nicht machen. Er war ja mal Pfarrer. Kennt ihr mein Gebot nicht, liebe deine Feinde? Ich sage immer, liebe deine Feinde heißt nicht, dass du jeden Arsch um den Hals fallen musst. Denk an meinen Spaziergang durch einen Zoo. Ich kann doch diese ganzen Kreaturen lieben. Egal, ob die giftig sind, ob die jetzt bei Definition gefährlich sind. Es sind Andersartigkeiten, die mir auftauchen, an denen ich mich erfreuen kann. Sind diese Reden vom Treppermann nicht ein einziges Postulieren, Satz für Satz von Feindbildern, die er sich ausdenkt? Von Dingen, die er wirklich, wenn er die vor einem göttlichen Rüchter beschwört, er selbst in seinem Leben zu 99% nur mit einer Meinheit beschwören kann? Er erklärt dir was für Millionen hungernden Kindern in Afrika und in Asien. Selbst wenn er hier und jetzt gedacht in einem Urlaub oder in einer Reise diese Länder besucht hat, die ja nur hier und jetzt in seinen Kopf Informationen sind, im Kopf des träumenden Geistes, hat er mit Sicherheit nicht Millionen gesehen, sondern zwei, drei. Dann erzählt er dir, wie viele Milliarden Russland für Rüstung ausgibt, wie viele Milliarden Amerika für Rüstung ausgibt. Hat er das irgendwo, hat er das her, aus das Buch heraus, aus der Zeitung heraus. Jetzt kann ich wieder sagen, egal welche Internetseite du mir zeigst, ich zeige dir tausende von Seiten, wo ich das genaue Gegenteil oder was anderes behauptet habe. Es ist das menschliche Denken, ist so unendlich erbärmlich und kleingeistig mit den Boshaftigkeiten und die Richtersprüche verstrecke ich an den, der das ausspricht, weil sie zu dumm sind. Es ist so, Holofilling ist so einfach, schau einfach, was ist. Was meinst du, ob jetzt erst wieder so einen Kandidaten gehabt, der zu mir sagt, das verstehe ich nicht. Dann sage ich erst die Frage, wer bestimmt jetzt jetzt das, dass du das nicht verstehst? Das ist der Zweite in dir. Das ist der Zweite, der nicht, und ich betone jetzt das absichtlich, nicht ums Verrecken holen, wahrhaben will, was jetzt ist. Wenn du zu 99% in der Welt deiner selbst postulierten, logisch postulierten Vorstellungen lebst und dabei komplett aus dem geistigen Auge verlierst, was jetzt wirklich da ist, was ist jetzt da? Holofilling, ich sage dir, was du bist, wie du funktionierst und halte dich an das jetzt. Gut, du kannst jetzt an deinen Körper denken, du kannst dich vor den Computer hinsetzen oder eine Audio-Datei im Auto anhören. Haben wir viele Möglichkeiten, habe ich gesagt. Und dann hast du jetzt da diese Pixelmännchen vor dir, wenn du die anschaust. Kann auch eine Tastatur da sein? Oder ein Fenster, wenn du zum Fenster schaust. Wo war die ganze Zeit das Fenster? Mach dir als Geist bewusst, dass der Zweite dir suggeriert, dass all die Sachen, die immer nur in dem Moment da sind, wo sie zu einer Gedankenrehe, zu einer Information aufgeworfen werden, dass die auch dann da außen sind, wenn du sie nicht denkst. Der Treppermann meint, diese schlechte Welt da außen, die ist da außen und er hat überhaupt nichts damit zu tun, weil die anderen schuld sind. Das ist die Selbstentmachtung. Christusbewusstsein heißt, ich nehme alles schuld auf mich, ich gebe die Macht nicht aus meinen Händen. Alles, was der Udo dir jetzt erzählt, dass der so unheimlich gescheit ist, wenn man das so sieht, oder totaler Schwätzer ist, wenn man das so sieht, es liegt im Auge des Betrachters, es ist dieselbe Aufnahme. Ich sage, wenn du einen Film anschaust, ich rede jetzt einmal wieder normal, eine Sache, die habe ich vor 25 Jahren schon erklärt, es gibt keinen guten oder keinen schlechten Film. Ein Film ist einfach nur, wenn er läuft. Wenn ein Film läuft, läuft ein Film. Dann habe ich ein ständig wechselndes Arrangement von Bildern auf einer Glasplatte. Vorausgesetzt, wenn man jetzt wieder genau, mein Computermonitor ist ja nicht als Glas, das ist noch der Röhrenfernseher. Egal, wie man es definieren, schaut zuerst einmal, was da ist. Es ist einfach nur. Es gibt keinen guten und keinen schlechten Film. Ich werde dir jetzt ein Interpretationssysteme zeigen, die sagen, der Film ist klasse, und andere sagen, das ist ein totaler Scheiß. Jede Kritik über irgendetwas, jede einseitige Kritik über irgendetwas, egal über was wir reden, Bewertung, Kritik, sagt überhaupt nichts aus, über das, was kritisiert wird, aber alles über das dogmatische, einseitigen Glauben dessen, der kritisiert, weil er seine Seite, seine persönliche Vorstellung von richtig, absolut setzt. Das ist nicht absolut. Absolut ist die Mitte. Und die Mitte hat unendlich viele Perspektiven. Und jede dieser Perspektiven kann richtig erscheinen, aber jede Vorstellung von richtig setzt auch eine Kehrseite. Und die wird auch richtig sein, wenn du es von der anderen Seite anschaust. Und jetzt ist es, wenn wir die Bilder machen, nochmal, im Kinderweck, die entstehen, wie die 200 Gramm rote Gede, von Moment zu Moment. Du wirst irgendwann nochmal merken, wie wichtig das ist, wenn ich ständig was wiederhole. Im letzten Selbstgespräch, das Klingelingeling Beispiel. Ich habe gerade, gerade, bevor ihr euch zugeschaltet habt, hier und jetzt, raumseitlich gedacht, habe ich gesagt, das gilt für alles, auch für ein Bild, wo in dir auftaucht. Denk an die 200 Gramm rote Gede. Sobald du irgendwas anschaust, entsteht es jetzt, in dem Moment, wo du es denkst, auch diese Gedankenwelle auf. Und da haben wir dasselbe Problem. Beim Klingelingeling Beispiel sage ich immer wieder, du denkst an dein Telefon, wer ruft mich jetzt an. Bei dem Bild, das du anschaust, ist immer genau dieselbe Vergangenheit da, wer hat das fotografiert da außen? Wurde das im Computer manipuliert oder ist das eine Originalaufnahme? Das ist Geschwätz vom Zweiten, weil niemals irgendetwas in der Vergangenheit entstanden ist. Es ist hundertprozentig sicher, wenn in dir was auftaucht, taucht es hier und jetzt auf. Das Faktum. Das Faktum. Ich mache immer zwei Ubo-File, da habe ich auch schon mal hier eine Kritik gesagt, wieso sagst du immer Faktum? Faktum. In einigen Selbstgesprächen. Weil ich da ein W reinsetze. Das ist eine Gedankenwelle. Das ist die Datensache. Jetzt haben wir die Entschöpfung mit den zwei Erscheinungen. T.A.T. Wenn wir es so lesen. Besteht darin, dass du jetzt einen Gedanken denkst, als bewusst gesetzter, träumender Geist. Und wenn ich jetzt an der Vergangenheit denke, egal an was ich denke, ich kann mir nur das in die Vergangenheit denken, was in meinem Intellekt im Anschwamminhalt drin ist. Drum ist es auch so eine Kleinigkeit, wo wir zur Zeitgeschichte uns ausdenken. Zu allen Zeiten, wo du magst, wenn irgendwelche Grieche waren, haben die Siegermächte Bücherverbrennungen gemacht und haben eine neue Vergangenheit als offizielle Vergangenheit postuliert. Die Frage, ob Gedanken stimmen oder nicht stimmen, ist schon wieder ein Vergleich mit einem einseitigen Ideal. Gedanken sind einfach nur und zwar genau in dem Moment, wo du sie denkst. Und darüber diskutiere ich nicht mit Trockennasenaffen, wenn ich das sage. Das heißt, mit geistlosen Figuren in meinem Traum, die nicht hören, was ich sage, du kannst auch Reaktionen, wenn ich jetzt mache, man neigt immer wieder zu reagieren. Und das ist jetzt ganz wichtig, wenn du dich schlecht fühlst, wohlgemerkt der, der das Leben erlebt ist, der Geist, der mir jetzt zuhört. Wenn du dich unwohl fühlst, wirst du feststellen, es ist immer verbunden mit einem Nicht-Einverstandensein mit irgendetwas, was in dir auftaucht. In dem Satz steckt wieder alles drin. Es ist immer dieses Nicht-Einverstandensein. Wird es dir am Arsch vorbeigehen, würde dieses Phänomen, diese Gedankenwelle so schnell verschwinden, wie sie aufgetaucht ist. Ich nehme immer wieder das rahmzeitliche Beispiel. Wir denken uns jetzt, du sitzt da an einem Tisch, du blätterst der Zeitung durch und du überfliegst eine normale Tageszeitung. Das heißt, du schiebst, die Zeitung ist jetzt wie, wenn du jetzt einmal die Tastatur kurz anschaust, jetzt könnte ich wieder sagen, wo ist die Tastatur die ganze Zeit gewesen, solltest du jetzt vom Computer zu sitzen glauben, du bist ja der, der sich das ausdenkt. Das heißt, dein Zentrum ist jetzt in dem Kopf, dann schaust du durch die Augen raus, dann hast du ein Gesichtsfeld, da kannst du die Tastatur reinschieben. Und jetzt ist es sehr interessant, dieses Bild ist eigentlich ein scharfes Bild. Bin ich auch schon zigfach darauf eingegangen. Willst du noch mehr Schärfe, musst du in dem Bild dich konzentrieren. Zum Beispiel, ich sage immer auf die, auf die Taste Kaff, Koff. Dann siehst du, dass ein Klammeraufig drauf ist. Oder du fährst jetzt einmal rüber, hier zu dem Pluszeichen, das ist ein kleiner Stern drüber und rechts daneben ist eine Schlangenlinie. Schau mal, das ist mein Christuszeichen, ohne das P und das U drunter. Das ist über den Plus und dann nochmal Schlangenlinie rechts daneben. Das ist wie der Einheitskreis, in einem gewissen Maß. Das ist jetzt der Einheitskreis, wo man zuerst das Achsenkreuz rein zeichnet, mit die vier Quadranten. Dann schieben wir das nochmal mehr, teilen wir das nochmal ein und dann aus dem konstruieren wir den Sinus raus auf der rechten Seite. Schau mal, das sind drei kleine Zeichen auf einer Taste. Aber jetzt ist die große Frage, wenn ich dich das jetzt frage, wo ist eigentlich das Prozentzeichen gewesen und die fünfte ganze Zeit? Jetzt musst du rüberfahren in der Fünf. Das ist immer bloß das, was du anschaust. Und jetzt muss ich den Unterschied wissen. Da ist übrigens, wieso ist da ein Prozentzeichen drüber, das Hunderterzeichen? Da ist eigentlich schon ein gespiegeltes Affe. in der Quintessenz drüber. Der Sechs kriegt nur so eine eigenartige Verbindung, die unten wie mit einem kleinen X abgerissen ist. Das sind die, die ganz, das ist so vielfältig, ein Symbol, das ist sowas Komplexes. So, das dürfte jetzt so klar sein, wir sind jetzt rausgeschmissen worden, unterbrochen worden kurz, dass du immer in der Welt deiner Fokussierpunkte liegst. Und jetzt ist, ich kann es nicht oft genug sagen, du musst wissen, was das Unterschied ist zwischen Sein rot geschrieben und zwischen Existieren. Du siehst immer nur das, was existiert. Das ist unheimlich wichtig. Und du wirst dann merken, wenn man das nicht weiß, dass immer alles, was prinzipiell möglich ist, gleichzeitig da ist, was aber dann verwirklicht wird, verwirklichen jetzt in Form von Existieren in die Existenz gehoben wird, hängt von dem Programm ab, das du zum Denken benutzt. Das heißt, selbst dein Programm hat noch unzählige Möglichkeiten, die du bisher noch nicht gesehen hast. Du müsstest nur deine Interessen verändern. Interessier dich einmal für chinesische Internetzeiten. Dann schau, wie du ins chinesische Internet kommst, dann siehst du einen Haufen Schriftzeichen und dann magst du wieder weg, weil es dich nicht interessieren und du sagst, das verstehe ich eh nicht. Aber es geht gar nicht um dieses Verstehen von Einzeldingen, sondern es geht um das Verstehen von dem, was jetzt da ist. Und sich bewusst zu machen, was jetzt da ist, brauche ich keinen Intellekt, sondern ich muss selbst Bewusstsein sein. Weil nur Bewusstsein kann sich was bewusst machen. Und alles, was dir bewusst wird, ist kein Bewusstsein mehr. Das ist kein Geist. Es gibt keine Menschen, jetzt sind wir wieder bei dem Thema vom letzten Selbstgespräch, der Bewusstsein haben kann oder Geist haben kann. Das kann man nur sein. Das heißt, du bist der Geist für alles, was du dir ausdenkst. Du bist die Grundlage. Die 200 Gramm rote Gnete, die diese Form, diese Form annehmen, die du selbst zum Sehen bekommst. Darum sind es deine Informationen. Das kann nur die deutsche Sprache, die Gottessprache. Und diesbezüglich kann auch ein ausgedachter Christus nichts gewusst haben, außer das, was wir denken. Und auch ein Udo ist jetzt ein Gedanke von dir. Von dir Geist, der du dir jetzt den Udo ausdenkst. Das ist der Kern, wenn man das nicht verstanden hat, wenn man sich ständig in die Irre führt. Und ein Gedanke, für den stellt sich die Frage nicht. Der kann nichts verstehen, der kann nichts spüren, der kann nichts leiden. Für dich wird das so sein, wie du in dir denkst, aber letztendlich wirst du es spüren, wenn du mit irgendjemandem mitleidest. Mit diesen Millionen von Giftgasopfern im Ersten Weltkrieg. Macht das einen Sinn? Oder denken wir uns jetzt hungernde Näherkinder oder Kriegsopfer nach Syrien? Macht das einen Sinn? Das ist ein Gedanke. Jetzt werde ich natürlich dann wieder für einen einseitigen Richter total unmenschlich und werde total im Blödsinn reden. Das ist das Geschwätz vom Zweiten. Ich rede von dem, was jetzt ist. Ja. Ich rede nur von dem, was jetzt ist. Und wenn einer das nicht wahrhaben will und er ist Geist und du Geist bist Geist, das heißt, wenn du es nicht wahrhaben willst, einen anderen Geist gibt es nicht, wirst du bis in alle Ewigkeit leiden. Weil du ewig bist, ob dir das passt oder nicht. Und deine Gedanken sind nicht ewig. Egal an welchen Trockennasenaffen du denkst, der ist schon weg, wenn du ihn nicht mehr denkst. Und ich kann dir nicht oft genug sagen, an einer jetzigen Rolle, die du spielst als Trockennasenaffe, hast du dabei nichts zu verändern. Lass es laufen, wie es laufen soll. Mach dir bewusst, wie du funktionierst und das ersetzt es erst einmal voraus, dass du dir bewusst machst, was du selbst bist. Und da kann ich wieder den einfachen Satz sagen, tausende Male, solange du dich mit einem Gedanken von dir verwechselst. Egal an was du denkst, wenn du an dich denkst, das bist nicht du. Weil sobald du an etwas anderes denkst, bist du immer noch derselbe Geist, der seine Informationen anschaut. Und das trennt sofort die Spreu vom Weizen, ob ein Verstehender ist oder ein Nicht-Verstehender ist. Das ganze Sekten, all das weltliche Geschwätz macht dich so unendlich Curry. Das heißt, den Weg, was du dann letzten Endes irgendwann nochmal dich in deinem Stil, das Kämmerchen zurückziehen müssen und dir mal wirklich bewusst machen, was sind eigentlich meine Gedanken, was bin ich. Und jetzt haben wir schon mal die vier Ichs. Das ist schon mal was vollkommen Neues. Holofeeling ist was vollkommen Neues. Und da werden immer wieder welche auftauchen in dir, die dich prüfen. Das hast du was geprüft, du Geist was geprüft, nicht irgendein Gedanke von dir. Wie du drauf reagierst. Und das reagiert noch sehr, sehr heftig oft. An Kleinigkeiten, meist an Kleinigkeiten. Und jetzt könnte ich wieder sagen, du fühlst dich immer nur schlecht, wenn du mit irgendwas nicht einverstanden bist. Ein Beobachter, der mit irgendetwas, was in ihm auftaucht, egal in welcher Ebene dafür ich es mir uns jetzt uns hindenken, nicht einverstanden ist. Hat das eine nicht verstanden, der hat die das nicht verstanden, mein das ein Beispiel. Und der wird leiden. Das ist also hier, dass man sich das klar macht, dass die Quelle des Leids bist du selber, das ist dein Werte- und Interpretationssystem. Und ich sage immer wieder, du hast Reizauslöser. Auf die hast du keinen Einfluss, du hast auch keinen Einfluss darauf, wie du reagierst, aber deine Reaktionen, deine Interpretationen, die jetzt dann nach einem Reizauslöser in dir ablaufen, wenn du dich irgendwie einklingst, wenn ich immer sage, ein Bild ist ein Bild. Das ist wie das Klingelingeling. Das taucht hier und jetzt in dir auf. Die 200 Gramm Rudigen, jede verändert definitiv nur ihre Form. Und dann kommt ein Riesenschwall von Interpretationen. Wenn du zum Beispiel im Internet bist und in einem Chat kreuzt und dann siehst du, da taucht dann ein Name oder ein Bild auf. Das Bild ist niemals vorher da außen irgendwann geschossen worden oder wurde von irgendjemandem in das Internet reingestellt. Das ist eine Interpretation, das ist die Interpretation vom Klingelingeling-Beispiel. Darum sage ich immer wieder, erinnernd an das letzte Selbstgespräch und jetzt ausgedacht, die Stelle, wo ich sage, der Unterschied zwischen den zwei Möglichkeiten, dem materialistischen Denken und dem Holofeeling-Denken, es wird dir immer das andere unlogisch erscheinen. Das heißt, wenn du die normale materialistische Logik als Wertesystem nimmst, um Holofeeling zu bewerten, wirst du sagen, der erste ist ein Schwätzer. Weil ein Materialist und dazu zählen auch alle religiösen Menschen und Esoteriker, die sich spirituell nennen, jeder, der davon ausgeht, dass unabhängig von dir da außen eine Welt ist, die schon da war, bevor du sie dir ausgedacht hast und dass es chronologische Zeit mit Vergangenheit gibt, die gibt es natürlich in dem Moment, wo wir unser Zeitfenster aufspannen, wie ich das nenne. Ich kann mir jetzt nochmal einen Zeitbereich ausdenken von 1500 bis jetzt. Aber das ist jetzt. Da kann ich zehnmal sagen, wie lange dauert hier 1000 Jahre. Solange du an 1000 Jahre denkst. Ich mache mal meinen Videoreiter auf dem YouTube-Video nur eine Sprachdatei, 1000 Jahre. Ich lasse mal nochmal laufen, was genau auf. 1000 Jahre. Jetzt mache ich eine andere Datei. Eine Sekunde. Eine Sekunde. Es sind Vorstellungen, die haben jetzt gleich lang, die 1000 Jahre haben genauso lange gedauert, wie die Sekunde. Das ist das, was ist. Aber du stellst dir was ganz, was einen viel größeren Bereich vor, das ist wie mit den Maßstäben. Man verliert das so schnell. Die Mikro- und den Makrokosmos sind reine Konstrukte, logische Konstrukte. Die können empirisch gar nicht wahrgenommen werden. Du kannst dir das vorstellen. Du kannst dir eine Erdkugel vorstellen und du kannst dir ein Sandkorn vorstellen. Du kannst dir aber auch ein Atom oder ein Photon vorstellen. Das Problem ist, dass das Sandkorn, das kannst du empirisch, wahrnehmbar in deinem Gesichtsfeld auftauchen lassen, weil das im Mesrokosmos bereichlich, das kann realisiert werden, das kann zu einem Objekt, zu einem wirklich sinnlich wahrnehmbaren Objekt werden, ist auch eine Information. Jede sinnliche Wahrnehmung ist genauso eine Information. Selbst die Naturwissenschaft schreibt das vor. Es muss ja in deinem Gehirn drin sein. Das ist, dass die Leute nicht zuhören. Das ist entsetzlich. Glaubt es mir die Erfahrungen, jetzt rede ich einmal nur als Brösel-Udo, die ich machen durfte, die die letzten 30 Jahre, die ich mir jetzt ausdenke. Ein einziger Gedanke, ein Chat. Von der vollkommenen Geistlosigkeit und dann höre ich immer wieder, das verstehe ich nicht. Ich sage, ich arbeite jetzt nur mit deinem Wissen und du sagst, das verstehe ich nicht und dann bist du wieder so super gescheit in einem Fall zu urteilen, dass ich nicht recht habe. Obwohl ich nur das ausspreche, was jetzt da ist. Ich sage, es hat noch nie irgendein Mensch mit eigenen Augen normal gesprochen gesehen, deine Augen sehen sowieso nichts, die du dir ausdenkst. Ich sage, du Geist, in deinem Gesichtsfeld, es hat noch nie irgendein Mensch in seinem wahrnehmbaren Gesichtsfeld gesehen, dass die Erde eine Kugel ist. Aber auch nicht, dass die Erde eine Scheibe ist. Es hat auch noch nie irgendein Mensch das heliozentrische Weltbild gesehen. Oder eine, egal was, alles, was du nicht empirisch überprüfen kannst, das du momentan nicht realisieren kannst, in deinem Gesichtsfeld darstellen kannst. Dazu zählt auch der Mikrokosmos und der Makrokosmos sind logische Konstrukte, die du feinstofflich dir denken kannst, als Vorstellung vor dich hinstellen kannst, obwohl das, was du dir vorstellst, letztendlich nur in deinem Kopf ist. Weil, wenn man es realisiert vorstellt, dann muss es im Gesichtsfeld in Erscheinung treten. Lass das auf dich wirken. Und das geht dann schon los, wo ich sage, selbst wenn du jetzt an deine Heimatstadt denkst, ist keine Realität. Das heißt schon, eine Stadt ist keine Realität mehr, weil sobald du das, was du im Gesichtsfeld hast, das ist nicht gestattet. Mein Küchenbeispiel. Du hast noch nicht einmal deine Küche gesehen. Du kannst wissen, was es ist. Und dann passiert dasselbe, was wir gerade gemacht haben mit der Tastatur. Die Tastatur kann ich jetzt ins Gesichtsfeld reinschieben. Als Ganzes. Aber will ich dann Detailwissen haben, muss ich reinschauen. Aber wie sieht jetzt das aus, wo man diese Fläche, weil die eine Fläche ist? Wie sieht es aus, wenn wir uns jetzt an dreidimensionale Umgebung denken? Dann funktioniert es nicht mehr, weil du eben bloß ein Gesichtsfeld hast, was dazu nur diesen begrenzten Bereich aufgrund dieser Zweiflächenstruktur Stereobrille. Kann ich auch wieder sagen, das Wort Stereo heißt nicht räumlich. Das wird dann immer mit räumlich übersetzt. Wenn du gehst, das Wort Stereo kommt von Starr, kommt aus dem Griechischen. Ganz normal in die Etymologie schauen, heißt Starr und unbeweglich. Da kommt auch das Wort Stern her. Das sind wieder unsere Lämpchen in unserem elektronischen Planetarium, das in der Gesichtsfelde aus zwei VR-Brillen besteht. Und das ist dann übertragenerweise, wenn du schaust, es gibt da überhaupt keine Verbindung zur Räumlichkeit. Ich denke mir jetzt einen Bladon aus in seinen Dimeos-Dialog, da schreibt er dann hier, das nennt er dann Stereomata. Jetzt haben wir aber dann wieder, wenn du das genauer anschaust, das heißt, das starre, unbewegliche Wissen vom Dumpkopf, vom Tor, das dörrichte, unbewegliche Wissen, weil ihr nicht beweglich seid, weil du dich immer bloß innerhalb deiner logischen Strukturen zu bewegen wachst. Wie ein Zug auf den Gleisen. Du musst dich von diesen Schienen deiner Logik lösen, du musst unlogisch werden, um in einen neuen Bereich zu kommen und du wirst merken, das ist dann eine höhere Logik, die nur von den niedrigen, einseitigen, logischen Systemen nicht gesehen werden kann, weil da musst du dann einen allumfassenden Blick kriegen, der gleichzeitig da ist, das ist, was ich Chatdenken nenne. Ja. Klingt komplizierter, wie es ist. Genau. Das sind immer wieder die einfachen Sätze. Du müsstest bloß die Demut haben, den Unterschied zwischen den Ersten und den Zweiten zu verstehen. Und da musst du selber zum Ersten werden. Dass du dich einfach nur noch dafür interessierst, was jetzt da ist und du trennst ganz streng zwischen dem Reizauslöser, auf den du keinen Einfluss nicht hast und deiner logischen Interpretation, wo du dir selbst erzählst, wo das Herkommen ist, ob das richtig ist, ob das verkehrt ist, wann das entstanden ist, warum das da ist, ob das gut ist, ob das böse ist, das ist alles Geschwätz vom Zweiten. Und das kannst du dir anhören? Was heißt, das kannst du dir anhören? Du musst dir das anhören, von morgens bis abends, dieses Geschwätz vom Zweiten. Und zwar so lange, bis du es durchschaut hast. Darum sage ich, zerbrech dir nicht den Kopf von anderen, sondern du zerbrickst dir immer deinen eigenen roten Kopf. ZR, die Geburt einer Berechnung. ZR heißt zur Formwerden. Das sind logische Berechnungen. All das, mit welcher Logik arbeitest du? Immer mit der Logik von anderen. Es gibt bloß eine Logik, die deine eigene Logik ist, das ist Holophilling. Darum beginnt es mit ich bin du. Da übrigens kommen wir gerade in dem Verschen, wo es über Udo geht, dass er ja hier, wenn er doch sagt, hier, such meinen Menschensohn. Das habe ich so oft beantwortet, wenn ich immer die Fragen habe, ja, ich bin du, steht doch drin, such meinen Menschensohn und er erklärt dir dann alles. Ich sage immer, es ist vollkommen richtig, dass das drinsteht, da steht aber nicht drin, such Udo Petscher auf. Ja. Auf der ersten Seite steht ich bin du. Das heißt, such nach dir selbst und dann wirst du dir selbst alles erklären, wenn du einfach nur schaust, was in dir aufpasst. Das sind nicht Selbstgespräche. Das sind die Schritte, die du mit der normalen Logik gar nicht denkst. Weil du so starr dieses Zeichen ein Quadrat mit drei Strichen. Das kann ich auch immer nur wiederholen. Das sind die zwei Seiten. Zeichen ein Quadrat mit zwei Strichen. Steht symbolisch für irgendetwas, was in dir auftaucht, wo dir sofort auf Anhieb unmöglich, falsch und total verkehrt. Eine unsinnige Frage, weil das nicht geht. Und ich sage, warte doch bei Holofilling die Erklärungen ab. Und dann hör zu, wenn ich dir was erkläre. Und sage nicht schon wieder, der behauptete Menschen sind trocken, nasen Affen, der beleidigt die ja bloß, wie arrogant ist der. Ich sage immer wieder dazu, das ist nicht meine Meinung. Ich erkläre dir, was deine Meinung ist. Ich erkläre dir, wie du funktionierst. Noch mal, Anfang des Gesprächs, ich erkläre dir, was du bist und wie du funktionierst. Was natürlich abhängig ist, was du glaubst. Und nicht, was du tun sollst oder machen sollst. Da mische ich mich überhaupt nicht ein. Also mach dir zuerst einmal bewusst, was du bist, nur was du feststellst, du bist immer. Aber das, was immer ist, kann nicht in Erscheinung treten. Um in Erscheinung zu treten, musst du eine Gedankenwelle aufschmeißen. Du musst dir etwas ausdenken, etwas vor dich hinstellen und auch wenn das jetzt vor dir oder da außen erscheint, ist es trotzdem deine Information. Immer wieder dieses Dogma mit dem Gehirn. Mich gibt es ja nicht, wenn mein Gehirn nicht da ist. Ich sage, es gibt kein Gehirn, wenn du an kein Gehirn denkst. Es gibt für dich immer nur das, was du denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Und was du nicht denkst, existiert nicht. Ist aber sehr wohl als Seinsmöglichkeit da. So wie man jetzt im Hintergrund, jetzt erschaffe ich ja mal was, was die ganze Zeit nicht existiert hat, das sind jetzt im Hintergrund Milliarden und Abermilliarden von Internetseiten. Eine Internetseite davon ist YouTube. Und nur diese eine Seite wiederum, jetzt haben wir ein großes Chat, sind Milliarden von Videos drauf. Und jedes dieser Video, je nachdem wie lang es ist, hat eine unendliche Menge von Information. Und ich rede jetzt nicht nur von den Geräuschen, die da wiedergegeben werden und den Einzelbildern, die wiederum extrem unterschiedlich interpretiert werden von Trockennosen. Auf dem ein und dasselbe Video. Das heißt, du musst irgendwann einmal die Demut kriegen, dieser unbegreifliche Begriff unendlich. Merkst du, jetzt habe ich die erste Situation. Zeichne ein Quadrant mit drei Strichen, das ist unmöglich. Es ist ganz leicht zu verstehen. Warte meine Erklärung ab. Unendlich oder alles, diese Worte sind jetzt ein Geräusch, weil ich es ausgesprochen habe. Aber dieses Geräusch ist ja nicht unendlich oder ist ja nicht alles. Das Geräusch dauert eine gewisse Zeit, solange ihm das Geräusch dauert. Und es ist dieses Geräusch. Wir können auch das Wort alles dafür setzen. Wir können das hinschreiben. Dann ist dieser kleine Augenblick, wenn ich das anschaue, existiert, weil ich jetzt dieses Wort alles anschaue. Aber dieser kleine Moment ist doch nicht alles. Der steht symbolisch für etwas. Nämlich für dasselbe wie das Wort nichts. Das ist nichts und alles. Ich nenne das El und Le. Das wird so einfach erklärt und da gibt es nicht einmal was zu diskutieren. Das heißt, man kann durchaus wissen, was Unendlichkeit und was alles ist. Genau genommen nichts. Wir liegen in dem Mesokosmos, in dem mittleren Bereich der Darstellung. Da brauchen wir Unterschiede. Das ist das große Geheimnis. Du brauchst immer Unterschiede. Das heißt jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel gehe, am Anfang war das Wort, jetzt will ich gar nicht auf Hebräisch das Auffächern, wieso das wichtig ist. Momentan ist für dich das Auffächern überhaupt nicht wichtig. Auch das habe ich tausendmal erklärt, wenn einer über das Auffächern, das ist eins von vielen Systemen, weil das nur die deutsche Sprache ist. Absoluter Blödsinn. Das, was du dir jetzt ausdenkst, die Sprachen und die deutsche Sprache, die du dir ausdenkst, das sind Erscheinungen. Wir haben immer im Hintergrund was Rotes stehen, eine andere Hälfte, die Ursache für die Erscheinung. Und du bist zur Zeit, in deiner momentanen Reifestufe, befindest du dich in einer perspektivischen Welt. Das habe ich die ganze Zeit erklärt, wo du immer nur Facetten von Facetten von Facetten in Erscheinung treten lassen kannst. Und ich animiere dich zur Zeit, animiere dich, dein Ich, dass du dir Gedanken machst, was das dahinterliegen, die ganze ist. Jetzt kann ich sagen, okay, ich sitze jetzt in meinem Wohnzimmer, das Wohnzimmer ist in meinem Haus, eine Facette. Die Facette jetzt ist in der und der Stadt, in der und der Straße, die Straße gehört zu dir und der Stadt, die Stadt gehört zu den und den Landkreis, zu den und den Landkreis, und das sind die hinterliegenden Schichten, die jetzt zu existieren anfangen, weil ich sie denke, die natürlich auch dann da sind, wenn ich nicht dran denke, aber sie existieren nicht. Und da kommt jetzt schon wieder der Aristoteles. Ja, wenn sich was widerspricht, dann kann da bloß eins davon richtig sein. Vollkommener Blödsinn, materialistisches Denken. Alles, was ich widerspricht, gehört untrennbar zusammen. Ist jetzt der Henkel rechts oder links an der Tasse? Ich sage beides, hängt davon ab, von welcher Seite, welche Perspektive du das anschaust. Ist jetzt auf der Erde, auf der Erdkugel hell oder dunkel? Du merkst, das sind unsinnige Fragen. Darum sage ich, die reine Beobachtung, das hier hingucken, hast du erst erreicht, wenn du nur noch schaust, was da ist. Und wenn in dir jegliche Frage, nach richtig und verkehrt, oder nach Qualität, schön, hässlich, verschwunden ist. Genau. Das beginnt auch, wenn du in eine Landschaft reinschaust, wenn du bloß sagst, oh, ist das ein geiler Himmel? Siehst du schon einmal, dann siehst du eine Interpretation. Ja. Das ist das erste Ziel, das wir anstreben sollten. Und da bleibt es auch, egal was du magst, wenn wir jetzt reingehen, so, so viele, zu mir kommt jetzt einer und sagt, ey, ich habe ein super Video, der widerlegt den Urknall. Oh, ich sag hier, ich kann dir tausende von Videos zeigen, die widerlegen den Darwinismus, das sind trotzdem geistlose, raumzeitliche Schwätzer. Dasselbe in Grillen, da sind Ansätze da, aber es ist alles, was du zur Zeit eingespitzt bekommst, das raumzeitliche Geschwätz. Selbst die Esoterik und die religiösen Menschen, was du feststellen, bei diesen Protagonisten, diesen Pixelfiguren, egal was, das im Hintergrund ganz tief der Glaube ist, die Welt ist auch dann da außen, wenn ich sie nicht denke. Und vor allem, ich wurde in der Vergangenheit von einer, von einer Effing geboren. Es ist logisch, aber nicht besonders geistreich. Geist sieht es ganz anders. Geist hält sich nur an das, was hier und jetzt überprüfbar ist und was er beschwören kann. Das heißt, alles, was ich dir mit Holopheling erzähle, kannst du vor jeden Richter und vor Gott beschwören, ohne eine Meinheit zu schwören. Du wirst darüber feststellen, wenn du vor einem weltlichen Richter sitzt, wird er dir das nicht abnehmen. Weil, du hast wieder die Situation, du hast es mit einer geistlosen Figur zu tun, die einfach nicht zuhört. Unsere historischen Fakten. Wie kann man die historischen Fakten bezweifeln? Ich sage, wie willst du sie beweisen? Weil du mir ein Buch zeigst, wo das drinsteht, was du glaubst. Ich zeig dir ein Buch, wo das Gegenteil drinsteht, dann behauptest du, das ist falsch, das ist verkehrt. Ich zeig dir das, wo der Hengel rechts ist und ich sag dir, ich zeig dir das, wo der Hengel links ist, dieselbe das. Dann sagst du, das stimmt nicht, das ist verkehrt. Und du gehst keinen Schritt auf die andere Seite rüber. Du willst ja gar nicht, dass ich es dir beweise. Merkst du aber, es ist ja so ein simples Beispiel, wo die Elite deiner Welt schon dahin geht. Die sind Gedanken, die sind Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Das ist jetzt wieder eine Erkenntnis, wenn ich sag, alles was in dir auftaucht, hat einen Sinn. Auch die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Und du wirst jetzt feststellen, dass du immer sprichst, im Anfang war das Wort, im feinstofflichen Bereich, kriegst du das ganz leicht mit. Beobachte dich ganz einfach, wenn du da sitzt und die Augen zu hast, dann spricht ja deine Gedankenstimme und du wirst parallel zur Gedankenstimme wirst du Bilder kriegen. Das ist wie das hier. Die Worte, die Worte und das, was aus den Worten für Bilder entspringen. Und jetzt ist es ganz interessant, jetzt hör genau zu. Das kannst du, wenn du jetzt über was grübelst und speziell mal dir darüber Gedanken machst, dass du gar keine Bilder erzeugen kannst, wenn du nicht sprichst. Jetzt werde ich schon wieder sagen, wenn du da sitzt und die Augen zumagst, das ist ja dann, dann bist du ja gar nicht da mit den geschlossenen Augen. Nur du und deine Informationswelt. Und dann schau mal, versuch mal irgendwas zu denken, ohne dass du da beide sprichst. Das ist ja der, der abstrakt, die abstrakteste Form. Und du wirst jetzt merken, sobald du deine Vorstellungen, die du durch Sprechen erzeugst, feiner ausmalst, verlagert sich dein Fokus nur noch in die Bilder und du kriegst gar nicht mehr mit. Diese Genauigkeit der Bilder erfordert dann, dass du gar nicht mehr mitkriegst, dass du sprichst. Das ist jetzt, du kommst in die Einzeitigkeit, du siehst nur noch die Bilder. Und damit gehst du in die Vergessenheit. Bis du dich wieder in dieses Abstrakt herunterholst, dass du wirklich feststellst, ganz, ganz einfach, jetzt geht es schon los, wenn ich sage, probiere das einfach einmal aus, jetzt als Brösel. Du denkst deinem Körper, du legst dich hin, machst die Augen zu und jetzt nimmst du dir einfach mal vor. Ich schaue jetzt einmal ganz, ganz bewusst, was in mir abläuft, wenn ich irgendwas denke. Und dann sitzt du schon da, weil du musst jetzt warten, was dir einfällt. Weil du kannst ja nicht einmal raussuchen, was du denkst. Und dann kannst du einmal zum Spinn anfangen. Was passiert eigentlich? Mach einfach, du gehst morgens ins Badezimmer, deine Morgendoilette. Zähne putzen, Schrank aufmachen, Zahnbürste raus holen, die Bilder sind da. Wie tust du, wie viel Zahnbürste du, stell dir deine Zahnbürste vor, was hast du für eine Zahnbürste? Was magst du dann? Das ist jeden, du hast einen ganz bestimmten Rhythmus, wenn du das mal ablaufen lässt. Und wenn du das jetzt dir durch den Kopf gehen lässt, mit ständig wechselnden Bildern, wirst du feststellen, wenn du das jetzt, da ist schon ein Chat, wenn du sagst, das Chat, dein Ritual, das du zur Zeit, das ändert sich ja auch mit dem Laufen des Lebens, das war mit 10 Jahren anders wie mit 20 und 30, wie es jetzt ist, Lebensabschnitte wieder denken, das momentane, für dich jetzt aktuelle Ritual, wenn du dir das jetzt einfach mal durch den Kopf gehen lässt, wirst du feststellen, da ist eine Datei, den nennen wir jetzt einmal das morgendliche Ritual, und dann sprichst du jetzt, wenn du es durch den Kopf gehen lässt, feinstofflich Warte, und du wirst merken, das ist Warte, für Warte ist auf dieser Datei drauf, und dann kriegst du Vorstellungen, und denk an die 4 Stufen der Vergessenheit, wenn du jetzt normal morgens aufstehst, wenn du nicht gut drauf bist, in den Spiegel rein schaust, bla 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 bla, dass du überhaupt nicht mehr merkst, dass das genauso gesprochen wird, du bist nur noch im Bereich der Bilder und lässt die Grundlage weg, das ist zum Beispiel, wann habe ich jetzt an Skype gedacht, oder an die Datei, die du jetzt abspitzt, jetzt könnte ich sagen, läuft jetzt Skype, oder läuft Skype nicht, hängt davon ab, beides, immer die Frage, ist es richtig oder verkehrt, die Frage nach einer einseitigen Antwort, ist unvollkommen, weil immer alles gleichzeitig da ist, ich könnte jetzt sagen, wenn du jetzt im Moment mit Udo skypest, wenn du jetzt glaubst, du bist der Doni, ist jetzt im Moment Skype im Hintergrund aktiv, wenn du jetzt eine Datei anhörst, diese Aufnahme, die angeblich in der Vergangenheit gemacht wird, obwohl die jetzt gemacht wird, während du das jetzt anhörst, im selben Moment, es ist auf der tiefen Schicht, das hier und jetzt alles gleichzeitig, das ist das Kontinuum, und du hebst was heraus und verstreust es um dich rum, mit einer Logik in Raum und Zeit, und wenn ich jetzt immer sage, es gibt keine gefakten Bilder, ein Bild ist ein Bild, B, die Bilder sind im Kinderweck, und die formen sich ständig um, unsere 200 Gramm rote Gnäde, selbst dort denke ich mir, was habe ich so oft gesagt, die 200 steht für den roten Kopf, für unser Resch, beziehungsweise Rosh, be-Roshet, inmitten dieses Kopfes, 200 rot ist der Adam, Adam ist Denk- und Ausgedachtes, und Ken-Eddy heißt, jetzt, das Fundament ist jetzt, Ken ist das Fundament, und das passiert immer jetzt, darum sage ich 200 Gramm rote Gnäde, oder mein Barbie-Puppen-Beispiel, Bar, B-R, auf Hebräisch, heißt das Äußere, und B ist Inja, das ist die Frau, der Mann heißt Ken, das ist die Basis, jetzt kannst du wieder sagen, das ist Zufall, ich kann dir nur sagen, ich lasse keine Zufälle zu, ich lasse mich nicht ans Bein pinkeln, vor allem nicht von einem Trockenausenaffen, wer mich um einen Finger wickeln kann, das sind meine Geistesfongen, wenn sie ganz lieb sind, so wie kleine Kinder den Papa um den Finger wickeln, und das ist jetzt alles, da kann ich dann tausendmal sagen, ich bin nicht das Bickelmännchen, oder die Lautsprecherstimme, den sollte man Respekt haben, nicht von Udo, der ist so unwichtig, ist ein Gedanke von dir, und wie ich immer sage, jeden Menschen, den du dir ausdenkst, jeden Menschen, den du jetzt denkst, der entsteht in dem Moment, wo du ihn denkst, das ist hundertprozentig sicher, und alles, was irgendein Mensch, den du dir denkst, denkt, das sind deine Gedanken, weil du denkst das ja jetzt, und wenn jetzt wieder einer in dir auftaucht, der sagt, das verstehe ich nicht, so schau einfach, was ist, ihr seid nicht mehr, ihr in der Vergessenheit, die ihr glaubt, trockennosen auf und zu sein, das ist natürlich blöd von mir aus, wen erzähle ich jetzt das, das ist ein Selbstgespräch, ich erkläre es dem Geist, der mir zuhört, aber jetzt bin ich so weit runter, dass ich sage, dieser eine Geist hat verschiedene intellektuelle Denksysteme, wie ich das nenne, Programme, Leben zu durchleben, und solange du in einem Buch drinsteckst, wirst du nicht wissen, was das Bücherregal ist. Dann weißt du in der Regel nicht einmal, was das Buch ist, weil du bloß die Seite anschaust, und nicht einmal die Seite siehst du, wenn du eine Zeile anschaust, und du siehst nicht einmal die Zeile, wenn du ein Wort anschaust, und wo ist das Wort, wenn das Wort in dir eine Vorstellung auflöst. Das habe ich gerade erklärt. Sobald du in der Welt der Bitte bist, hast du die Worte vergessen. Hör dir das nochmal an. Wenn du mit deinen Händen telefonierst, hast du die Chips in dem, in dem Handy vergessen. Wenn du am Computer irgendwas magst, hast du das Programm vergessen, und die Daten vergessen. Das sind die Worte. Bündchen und Strichchen. Ich sage immer, die Eltern von uns wissen, was ich meine. Im Anfang war das Wort. Das kann man nochmal zerlegen. Das ist das Geheimnis der Welt, und das ist deine Aufgabe, das zu erforschen. Das ist der Sinn des Lebens. Das ist nochmal, dich selbst zu erforschen. Wie funktioniert das eigentlich, was ich zu sein glaube? Selbstbeobachtung. Nichts verändern wollen. Einverstanden sein. Keine Feindbilder predigen. Sich aus dem von dir ausgedachten, großen Weltgeschehen, was nur Reizauslöser sind, komplett raushalten. Jeder, der in dir auftaucht, der sich politisch engagiert, oder die Welt verbessern will, der wird im Führerscheinprüfungsbogen verbessert. Der Führerscheinprüfungsbogen, das habe ich so oft gesagt, du verbesserst einen Führerscheinprüfungsbogen nicht, wenn du meinst, du müsstest die Fehler rausmachen, dann zerstörst du ihn. Der ist perfekt. Diese Traumwelt, mit all ihren Fehlern, mit ihren Boshaftigkeiten, mit der demonstrierten Geistlosigkeit, von Menschen, von der Elite, von den ganzen Philosophie-Professoren. Es sind reine Rezitiermaschinen. Der Philosophie-Professor, genauso wie der religiöse Mensch, wie der Pfarrer, wie der Mufti, genauso wie der Geschichts-Professor, er rezitiert seinen Schwamminhalt, der zu hier und jetzt, ausgedacht, allen anderen Zeiten, jedes Mal was anders war. Unser Professor Lesch, würde dir was ganz was anderes erzählen, wenn er ein anderes Programm hätte, wenn man ihm an der Uni was anders erklärt hätte. Und alles, was er, wir haben ja anhand von Berechnungen, wenn du rechnest dich mit dieser fehlerhaften Logik von der einen Sackgasse in die andere. Sei endlich einmal manns genug zu begreifen, dass du vor allem stehst, hierarchisch vor allem stehst, was du dir ausdeckst. Und hör auf, permanent irgendwen oder was anders, oder irgendeiner Erscheinung, die in dir auftaucht, die Schuld zu geben. Du entheiligst dich damit, du entgeistigst dich und damit entgöttlichst du dich selber. Und magst dich zu einem sterblichen Trockenhaus auf. Und wenn du jetzt wieder meinst, du müsstest von irgendwelchen Informationen in die Auftragung eine Bestätigung geben, dass die das bestätigen, was du bist, zum Nimmerleins doch warten. Dass du wach wirst. Weil dann hast du noch nicht die Mumm, die Verantwortung auf dich zu nehmen, so wie es ich gemacht habe. Ich nehme alle Schuld auf mich. Damit ist mir bewusst geworden, wer ist dafür verantwortlich. Wer hat es gemacht. Das ist doch mal ich. Aber dann kannst du dir die Frage, wenn du da bist, kannst du dir die Frage stellen, wer macht mich. Aber dann bist du schon dermaßen abgehoben, jenseits von Gut und Böse. Klar. Jetzt lassen wir es gut sein. Lass dir das nochmal durch den Kopf gehen. Immer wieder wiederholen. Immer wieder wiederholen. Sag ich Tschüss. Danke, danke. Tschüss.